das heutige thema dreht sich um einen artikel vom standard wo sie ein phänomen beschrieben haben was sie quiet quitting nennen und jetzt ist schon die erste frage man könnte das mit stiller kündigung übersetzen aber da gibt es auch das schöne wort von der inneren kündigung und der artikel war so mäßig und und wir spießen uns natürlich an einigen ecken und enden dieses artikels also die beschreibung ist die jungen leute von heute wollen mehr dienst nach vorschrift machen so würde ich jetzt mal für mich übersetzen und nicht die extra meile gehen um e-mails zu beantworten überstunden zu machen und sich einfach mal rein zu hängen ich finde dabei vieles falsch aber vielleicht gibst du uns mal einen ersten eindruck genau also der griff scheint irgendwie aktuell so ein viraler trend zu sein was auch erklären würde wieso man da vielleicht eine er ähnliches irgendwie drauf setzt um einen artikel wie kurz zu verfassen zu verfassen und irgendwie mal die die ersten talking points einfach zu haben viel substanz hat das ganze natürlich nicht interessant sind vielleicht auch noch die kommentare die dann darunter stehen und die das verständnis davon ist vermutlich das was du schon einleitend gesagt dass nämlich dienst nach vorschrift gibt es gab es schon immer so im verständnis und es gab auch immer schon sowas wie überstunden oder irgendwie so eine extra bezahlung und work life balance ist ja auch ein thema mit dem wir uns sehr viel beschäftigen das gehört da meiner meinung nach auch hinein und der begriff ist irgendwie entstanden aus wie gesagt einem viralen video das heißt da kann man jetzt nicht ganz so viel irgendwie handfestes raus holen als konzept oder als definition oder als begriff weil wie du es auch schon gesagt dass der also wir kennen ja alle die irgendwie innere kündigung als verständnis von man sitzt sozusagen die arbeitszeit einfach ab und arbeitet gar nicht mehr sozusagen also man man ist einfach da man ist einfach präsent ohne dass man tatsächlich irgendwas leistet und das quiet quitting wäre im endeffekt nicht das was auch da wird schon definitorisch sehr schwierig weil die beschreibung ist dann glaube ich auch selber so im artikel dass es gar nicht darum geht dass diese menschen die arbeit nicht mögen also natürlich mögen sie ihre arbeit ganz toll aber sie sind unglücklich und gestresst und wollen es eigentlich nicht machen und da wird es dann halt schon ein bisschen schwierig weil warum warum geht es dann wirklich also es ist da tatsächlich die das arbeiten an sich dass man nicht mehr machen könnte oder sind es da die die umstände des arbeitens und das sind natürlich ganz viele punkte dran über die wir ganz ganz viel sprechen also begonnen von arbeit und leben wie wir sie mal bezeichnen also es ist quasi immer ein management der eigenen zeit das ist immer dieses verantwortlich übernehmen für wie viel kann ich leisten viel möchte ich leisten darüber zu kommunizieren wie denn prozesse funktionieren prozesse natürlich auch zu optimieren dass ich eben mehr zeit für andere dinge habe und dementsprechend wird auch glaube ich nur in einem halbsatz erwähnt natürlich die aufgabe einer führungskraft da auch zu unterstützen was natürlich auch ein relevantes thema ist dass man da nicht zu viel verlangt über das 100 prozent energie niveau der der team mitglieder zum beispiel und das im blick hat dass es eine grenze von 100 gibt und die man natürlich auch selber einhalten muss also da können wir versuchen diese punkte dann auszupicken ich würde genau gerne auf das eingehen auf diese arbeitsplanung wird man in einer fabrik dazu sagen oder auch arbeitsvorbereitung nämlich die frage ja wie viel bringt denn das überhaupt wenn du regelmäßig irgendwie deine leute so lange da hast oder wenn da spätnächtens noch e mails in der gegend herum geschickt werden weil einfach die frage ist also unser lieblingsthema zum thema eben arbeitsverteilung und 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 e mail ist also ein klassischer arbeitsverteiler und dann stellt sich die frage na ja was bringt das bitte wenn ich irgendjemand um 9 am abend eine e mail schreibe und dann halt erwartet dass der antwortet in einer vernünftigen zeit und mir da weiterhilft und und jenes und die frage ist halt schon dann ist das wirklich gut strukturiert wie das system arbeitet warum ist es notwendig um 9 am abend deine antwort darauf zu geben warum kann man das nicht einfach entweder haha am nächsten tag aber wieso sind das nicht eigenständigere einheiten die irgendwie für sich betrachtet ihre arbeit erledigen können und ich meine man muss natürlich fair point sagen dazu dass es viele unterschiedliche bereiche gibt ich meine wenn wir irgendwie ans krankenhaus denken und da gibt es vielleicht überstunden oder nicht dann ist die große gefahr dass dort menschen leiden bis dazu dass menschen vielleicht dann sterben wenn einfach irgendwer sagt naja du aber ich gehe jetzt nach hause weil weil für mich passt nicht und dass die arbeitsbedingungen dort oft sehr schwierig sind das ist natürlich auch wahr kann man aber nicht vorstellen dass man es damit löst indem man ein bisschen mehr quiet quitting macht auch dazu ist vielleicht kurz um diesen kontext irgendwie abzurunden ich glaube nämlich dass es da gar nicht um das gesundheitswesen geht sondern da geht es vermutlich um andere bereiche die halt um vielleicht das härter zu formulieren sehr privilegiert sind an sich schon anhand der arbeit weil es halt tendenziell dann darum geht dass man mehr mails bearbeitet oder man muss mehr excel listen durcharbeiten da geht es ja gar nicht darum wie du sagst in einem krankenhaus wo wo die arbeitsbedingungen sowieso schwierig sind wo die pandemie noch mal extra stolz gebracht hat dort ist ja noch ein gewisses verständnis da für die menschen dass dort überstunden einfach notwendig sind weil der betrieb einfach notwendig ist sonst leidet halt die gesundheit aber ich bin mir sicher dass dort nicht auf diese art von unter anfangs stichen quiet quitting eine beschwerde gibt sondern gibt es eher da geht es wahrscheinlich eher darum dass man einfach mehr unterstützung bekommt vielleicht mit mehr rotation oder mehr schichten dass man einfach selber mal pause machen kann aber ich bin mir relativ sicher dass dieser trend definitiv nicht krankenhäuser und das gesundheitswesen im blick hatte sondern wie gesagt eher irgendwas mit irgendwas privilegierteres was vermutlich in einem hochhaus in einem büro passiert und nämlich nicht mal wie du es jetzt auch kurz erwähnt hast in einer fabrik also bin mir auch relativ sicher dass es nicht dort die jungen menschen sind die dann sagen ja aber meine meine schicht ist zu ende und ich finde das so blöd dass ich dann länger arbeiten muss also ich bin mir relativ sicher das sind sehr spezielle jobs die vielleicht da drunter fallen würden unter die problematik ja und das was du sagst mit der fabrik ist ja auch ein punkt dass in fabriken geht üblicherweise weil ich weiß nicht warum das eigentlich historisch so ist aber dort geht viel nach der minute also die arbeiten dann bis 16 uhr 17 und um 17 wird wird alles fallen gelassen und und ist raus oder bist du dann vielleicht sogar schon umgezogen weil rüstzeit auch dazu gezählt also das ist eher wie du sagst ein ein büro thema und und eher für leute die wie du sagst durchaus privilegiert sind jetzt wenn wir das ganze bild hernehmen von tätigkeiten die von quasi unqualifiziert bis zu sehr stressigen berufen wie gastronomie oder hotel und spital was du gerade gemeint hast bis dann irgendwann wo du im büro landest wo es natürlich auch unglaublich stressig zugehen kann aber gleichzeitig viel von dem natürlich selbst und haus gemacht ist weil man sich halt ziele entsprechend hoch setzt weil man irgendwie erwartungen des kunden erfüllen möchte und da eben dann aber gleichzeitig behaupte ich sehr viel gestaltungsspielraum auch hat den man natürlich nützen kann entweder als mitarbeiter den man nützen kann als führungskraft und hinauf ins höhere management und sich das einfach anzuschauen es hat ja auch in der software entwicklung gibt schon lange den trend zu sagen wo viele stunden teilweise auch üblich sind gibt schon lange den trend zu sagen gehen wir richtung 8 stunden am tag weil hinten nach die leute produzieren nur mehr fehler und die kannst du dann am nächsten tag wieder ausbessern sozusagen wenn du dann wieder halbwegs frisch bist und was bringt denn das eigentlich wenn wir uns da die ganze zeit so hineinknien aber in wahrheit dass das so ein berg wird der immer höher wird weil wir einfach immer mehr fehler mit uns mitschleppen die gar nie da wären wenn wir einfach von anfang an immer ausgeschlafen ins büro gekommen werden und nach acht stunden wenn wir nicht mehr effektiv sind wieder gehen oder zumindest dann andere tätigkeiten machen also da finde ich sieht man nur wie viel man in der verantwortung selber hat wie viel die verantwortung die führungskraft hat da für ein vernünftiges produktives umfeld zu sorgen vor allem also einfach zu vielleicht zu überdenken wie man arbeitsprozesse oder tätigkeiten plant und welche notwendig sind also darüber reden wir ja auch oft mit vor allem der kommunikation und e-mails das ist ja auch so ein punkt der dürfte ja nie zu stress führen weil die frage ist wozu gibt es überhaupt e-mails also das ist nie auf der ebene notwendig auf der es dann ein problem ist hinten raus in teams und in den unternehmen dass es dann heißt ja aber ich muss auch nach 18 uhr muss ich noch meine restlichen 150 e-mails abarbeiten dann ist ja das grundproblem dass dass es überhaupt 150 e-mails gibt ja also da muss man ja dort ansetzen dass man einfach komplett das abdreht dass es sowas überhaupt gibt ja da geht es ja gar nicht da sollte ja die frage gar nicht sein ja aber wie mache ich das dass ich da da noch 18 uhr weiter arbeite nein die frage ist wieso was passiert wenn ich das e-mails mal liegen lasse vermutlich gar nichts also das ist ja das dass der das learning wird sein ja vermutlich gar nichts ja die leute vergessen es weil wie du auch immer als beispiel gerne bringst ja wieso sollte ich quasi andere anderen die aufmerksamkeit stehlen ja und da muss man sich das einfach nur mal rein rechnerisch irgendwie durchgehen wenn ich 150 bekomme heißt das wahrscheinlich noch andere menschen auch 150 oder 200 bekommen die chance ist dass entweder alle zu viele e-mails lesen oder irgendwann dieser cutoff point kommt wo sich herausstellt dass eigentlich keiner mehr die e-mails liest weil es sowieso zu viel ist das heißt da muss man ja viel mehr über e-mails nachdenken und welche arbeiten überhaupt notwendig sind und da ist ja auch ein riesen punkt der der den jackel immer wieder anspricht ist das ganze deep work wie du es jetzt mit dieser software entwicklung perfekt als beispiel gebracht hast auch da muss man natürlich die definition finden beziehungsweise verstehen welche arbeiten was erfordern an input es ist mittlerweile glaube ich auch durch relativ viel forschung irgendwie belegt oder auch natürlich auch in der in der praxis von sehr sehr vielen wissenschaftlern forschern wissensarbeitern an sich die sehr erfolgreich waren kann man auch etwas verlinken da hat karl in seinem newsletter über auch irgendeinen physiker oder chemiker oder sowas kurz geschrieben der irgendwie preise gewonnen hat und ganz tolle forschung gemacht hat und jeden tag irgendwie drei stunden gearbeitet hat und und aber quasi führend geworden ist in einem feld was aber genau daran liegt ja ich mache drei stunden deep work das heißt ich habe nichts anderes was ich kognitiv mache sondern nur meine dieses eine thema was karl auch immer sagt ein einziges problem das ist mein hundertprozentiger fokus für diese drei stunden und mehr geht gar nicht kognitiv also ich muss ja dann ich kann könnte gar nicht wenn ich das denn sinnvoll machen würde und da kommt quasi der zweite punkt den du auch erwähnt hast worüber wir ganz viel sprechen das ist halt auch ein bisschen dieses selbstmanagement ich meine klar wenn ich nicht schaffe meine chatprogramme mal für eine stunde abzuschalten damit ich ein problem löse in meiner arbeit ja dann ist es aber nicht ist es aber nicht das problem der arbeit der 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 inhalte sondern mein management problem dann ist ja klar dass ich nach 18 uhr noch eine stunde nachholen muss weil ich den rest nicht geschafft habe das sind alles irgendwie so so verantwortungsthemen dass man muss halt für sich selber die verantwortung für die zeit übernehmen dann ist ja dieser zugang so schwierig dass wieso ist dann das erste was man macht eine beschwerde und sagt ich mache meine stille kündigung weil ich nicht mehr bereit bin das zu machen anstatt dass man das andersrum reingeht und sagt dann werde ich optimieren so dass ich um 17 uhr fertig bin jeden tag wieso sollte das jemand anderes problem sein ich muss meine arbeitsprozesse so optimieren dass ich dann fertig bin wieder quasi als abschluss dieser dieses gedanken ist wieder kält er dann auch immer sagt ja er weiß nicht seit wie vielen jahren er nicht länger als irgendwie vier oder so gearbeitet hat weil er seine sieben stunden einfach jeden tag macht aber die sind halt time geblockt es ist alles perfekt organisiert er macht deep work und dann hat er zeit für seine kinder zum wandern gehen zum lesen das war's und leistet trotzdem was also wieder da kann man dann nicht sagen ja aber ja aber was hat der denn schon gemacht ja also ich glaube der kell ist der voll gleicher wissensarbeiter der auch quasi etwas geleistet hat also es ist immer dann schwer dieses gegen argument zu finden wo das nicht mehr passt ja du hast mir gerade ein bisschen meine talking points da weggenommen weil genau das ja also geradezu von joko kommend mit verantwortung und verantwortung eben für dich selber und für deine tätigkeit zu übernehmen was in diesem konkreten fall heißt du musst einfach ja in dem fall effektiver werden zum beispiel du musst halt einfach zusammenbringen dass du in drei stunden was erledigst wofür du vielleicht als berufsanfänger vor ein paar jahren noch zwei tage gebraucht hast und dieses das sagt auch peterson es ist einfach gar nicht vorstellbar wie produktiv manche menschen sein können und das muss einfach das ziel sein ja in in dem was du da tust einfach immer schneller immer besser zu werden damit das einfach aufhört dass du halt hinten raus was tust und mein zweiter punkt ist unter der annahme dass sich nicht alle e-mails vermeiden lassen wobei es da sehr schöne beispiele gibt dass sich das vermeiden lässt e-mail ist ja prinzipiell gesprochen ein asynchrones medium was heißt wenn dir dein chef vielleicht um acht oder um neun e-mails schickt dann heißt das ja noch lange nicht und das ist auch schon so oft besprochen worden dass er eine antwort erwartet um halb zehn sondern das heißt vielleicht einfach nur dass er jetzt gerade ich meine wäre auch nicht ideal aber dass er jetzt einfach gerade in der s-bahn nach hause fährt und dort nochmal gar durch die e-mails durchgeht und einfach so ein bisschen halt die sachen verteilt und rausschießt und dann ziemlich sicher nicht erwartet dass du direkt und unmittelbar auf das antwortest sondern er denkt sich einfach oder sie ja du kommst am nächsten tag ins büro und dann hast du einfach schon alle deine sachen da vorbereitet und wenn ich dann hinten nachkomme wunderbar dann haben wir das schon fürs erste besprochen und ich glaube auch da also auf der einen seite wenn du selber die führungskraft bist diese erwartungen zu setzen und darüber zu sprechen liebes team ja wenn ich nach hause fahre in der s-bahn dann schicke ich noch mal ein paar e-mails aus die sich also über den tag angesammelt haben und das heißt nicht dass du diese lesen musst um die uhrzeit und das heißt auch nicht dass du auf sie antworten musst um die uhrzeit und das muss klar und transparent in der kommunikation sein und gleichzeitig schau einfach dass du deine sachen im griff hast nimm verantwortung dafür und sag nicht oh das leben ist so gemein und wie soll ich mit dem allen umgehen können sondern setz dich hin überleg wofür brauchst du viel zeit warum brauchst du dafür viel zeit was könntest du tun etc es gibt ja so viele beispiele dafür sich selber zu challengen sich selber besser zu werden irgendwie mal ein video anzuschauen wie kann ich shortcuts auf meiner tastatur für mein programm verwenden was ich jeden tag benutze wie kann ich dinge anders sehen wie kann ich einfach meine arbeit besser in den griff bekommen das ist ein punkt über den kann man glaube ich gar nicht genug reden was da im artikel so ein bisschen versucht wird als gegenüberstellung ist diese unter anführungsstrichen hustle culture wird halt kurz erwähnt mit ja höher schneller weiter und alles irgendwie produktiver was aber glaube ich bei ganz vielen auch ein bisschen missverstanden ist weil wir haben ja schon vor langer zeit irgendwie darüber gesprochen dass der produktivitätsbegriff natürlich nicht ganz ideal ist aber für mich das so eine verständnisfrage ist von eben arbeit und leben also diese hustle culture ist natürlich gibt es eine gibt es natürlich eine ganz auch ein da eine sehr spezielle art und weise von arbeit die dahinter steht und definitiv nicht die wissensarbeiter die über die wir sprechen würden sondern da geht es wahrscheinlich eher um andere die halt irgendwie schnelles geld machen wollen und quasi viel viel erreichen wollen an metriken gemessen die halt keine keine wertigkeit haben ja also es hat wieder nichts mit gesundheitswesen zu tun nichts mit dem bildungsbereich zu tun nichts mit fabrikarbeit zu tun und auch tendenziell sehr wenig mit wissensarbeit zu tun sondern einfach nur mit oberflächlichen output der punkt ist aber dass es einfach nur auch so eine lebensphilosophie frage ist was bei dem artikel einfach so so eigenartig auch dargestellt wird weil da wird zwar gesagt ja man will halt mehr zeit mit freunden und familien verbringen und dann kommt aber dann wird der schluss gezogen das ist das kann ich aber nicht weil ich muss so viel extra arbeit machen das ist ja so ein schöner kreislauf den den du jetzt auch wieder beschrieben hast dann passt aber irgendetwas mit der eigenen verantwortungsübernahme nicht weil wenn mir tatsächlich das so wichtig ist dass ich zeit mit meinen kindern und mit meinen freunden verbringe dann hat das eine bestimmte priorisierung auf meiner auf meiner in meiner zeitplanung zum beispiel meinem meinem zeitmanagement und nicht dass ich dann die arbeit habe und sage weil wieder das hat ja dieses konzept versucht zu beschreiben das unter anführungsstrichen die menschen machen ja ihre arbeit sehr gerne aber sind bereit nicht diese extra meile zu gehen was aber dann wieder keinen sinn macht vom konzept her weil wenn ich meine arbeit mag und aber gleichzeitig die priorisierung habe dass ich möchte zeit mit meinen freunden verbringen das sind ja nicht dinge die sich die sich irgendwie schlagen sondern das ist ja nur eine organisationsfrage also es ist ja dann wieder dieser schöne kreislauf mit ja dann muss ich überlegen wie arbeite ich bin ich optimiert mit meinen arbeitszeiten kann ich meinen arbeitsweg vielleicht anders nutzen und das hat dann nichts mit irgendwie höher weiter schneller zu tun sondern meine priorität ist ich möchte meine arbeit gut machen aber ich möchte zeit mit meinen freunden verbringen also es sind ja wieder dinge die sich nicht schlagen sondern die muss man man muss verantwortung übernehmen für beide prioritäten die man hat oder priorität eins und priorität zwei und nicht die beiden gegeneinander ausspielen weil darauf läuft es ja hinaus ja also wird quasi das ausgespielt mit ja ich hätte so gern freizeit aber meine arbeit ist böse aber ich mag meine arbeit aber sie bringt mir zu viel stress also da werden einfach die dinge gegeneinander ausgespielt was natürlich absolute abgabe von verantwortung ist weil dann sagt man na ich würde ja gerne mit meinen freunden zeit verbringen aber ich kann nicht weil ich muss so viel arbeiten ich mag meine arbeit aber sie verlangt mir zu viel also es ist ja dann okay was was ist dann noch bei dir selber weil möchtest du wirklich zeit mit deinen freunden verbringen magst du die arbeit wirklich also es sind halt dann irgendwie Fragen die man sich vielleicht in seiner Lebensphilosophie eher stellen sollte bevor man da halt irgendwie virale nicht definierte Konzepte halt aufgreift ja ich glaube das ist eine schöne Zusammenfassung von diesem Thema also diese rund um die Verantwortung fällt halt dieser Punkt hinein okay du möchtest dass du irgendwie super toll viel verdienen du möchtest irgendwie Karriere machen du möchtest aber irgendwie möglichst unter Anführungszeichen jetzt Dienst nach Vorschrift machen das soll alles sehr locker und lässig ablaufen damit du ganz viel Zeit für alles andere hast außer zu arbeiten und das ist irgendwie so ja okay aber das muss dir ja selber auch irgendwie klar sein dass es sich da spießt du kannst natürlich genau das machen du kannst super geil arbeiten und dann vielleicht auch wenn du das eben schaffst mit Timeblocking was wir erwähnt haben von Cal Newport wenn du irgendwie deine Verantwortung da entsprechend dahinter setzt dass du dich um Sachen kümmerst ich fand deinen Punkt sehr gut dass wenn du pendelst und das kann ja auch nur mit der U-Bahn sein dass du halt einfach nicht diese komischen Zeitschriften dort liest oder nicht in dein Handy schaust und irgendwelche blödsinnigen Spiele spielst sondern dort zum Beispiel die Zeit nutzt um deinen Arbeitstag ein bisschen zu strukturieren und dann wenn du dann im Büro bist dann machst du bam 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 und dann gehst du um 17 Uhr nach Hause geht ne geht ja und dann musst du halt oder du musst vielleicht erkennen der Job der weiß nicht der respektiert halt einfach nicht dass du irgendwie so arbeiten möchtest dass es erstens für die Firma gut ist zweitens für dich dass du halbwegs vernünftig nach Haus gehen kannst und dass du dazwischen einfach gescheit Gas gibst und wenn das so ist ja passt dann übernimm auch dort wieder die Verantwortung und setz dich einfach hin und such dir einen neuen Job und dann werden wir wieder sagen Leute ja aber das geht nicht und ja na sicher geht das da draußen ist so ein Mangel an Fachkräften im Moment für fast alle Professionen und das finde ich ja das Witzige das wird in dem Artikel auch so negativ dargestellt ja Wahnsinn seitdem wir jetzt wieder nach Corona und immer mehr Aufgaben und hin und her mit weniger Leute und das ist so ja aber ist das nicht eigentlich was Positives weil dein Hebel ist gerade um ich weiß nicht wie viele Prozent die in die Höhe gegangen weil auf einmal das total tragisch wäre wenn du gehen würdest sprich du kannst viel mehr dich aus dem Fenster lehnen wenn da 100 Leute in Schlange stehen die auch deinen Job machen wollen ja dann ist vielleicht nicht so schlau irgendwie da die großen Forderungen zu stellen aber wenn da hinten niemand Schlange steht und monatelang gesucht werden muss auf einen neuen als Ersatz für dich ja grüß Gott das ergibt dir einen wesentlich höheren Hebel in deinen Situationen und zeigt auch für die Führungskräfte dass wir ein Umfeld schaffen müssen was die Leute erstens an der Stange hält was die Leute nein motiviert ist immer ein schwieriger Begriff von dem Ecke aber was ein Umfeld schafft was Motivation ermöglicht und dann gelingen sich ja Sachen du wirst die Leute halten können du bleibst in Kommunikation mit den Leuten und findest raus warum sie das brauchen und wie sie ihre Leistung ideal abliefern können Zwei Dinge zum Abschluss vor allem dazu noch ein Disziplin equals Freedom ist auch einer der Begriffe den hatten wir schon mal in einem Podcast kurz drinnen sagt natürlich Jocko sehr gerne wenn man es aber tatsächlich mal durchrechnet sozusagen dann kommt man darauf dass das tatsächlich stimmt weil wenn ich diszipliniert wieder dein Öffi-Verkehr Beispiel jetzt hernimmt und sage wenn ich meine Zeitplanung in meinen 20 Minuten U-Bahn machen kann und ins Büro komme und diszipliniert meine Punkte durcharbeite ja dann habe ich halt mehr Freizeit für danach oder mehr Freiheit Dinge zu planen und das geht halt durch alle Bereiche durch ja also wenn ich diszipliniert bin in meinen Planungen dann kann ich auch Zeit mit meinen Freunden verbringen ja also wenn ich natürlich nicht diszipliniert bin und nur einen Wunsch äußere mit ich würde eigentlich gerne mit meinen Freunden öfter abhängen ja was heißt das kommunizierst du mit diesen Freunden versuchst du deinen Kalender so freizuhalten dass du Vorschläge machen kannst an diese Freunde haltest du deine anderen Verantwortungen ein mit Familie Kinder vielleicht Hobbys Arbeit ist da einfach disziplin da dass du dir Freiheiten erspielen kannst oder nicht und das andere ist quasi abschließend habe ich den Punkt jetzt sogar vergessen ja im Endeffekt hast du alles gesagt also disziplin equals freedom war so der der wesentliche Punkt den ich noch anbringen wollte das andere ist mir jetzt entfallen das wird den besten ja disziplin equals freedom finde ich ein wunderbares Schlusswort für all das weil ich glaube es ja es macht es einfach rund und kann man nur empfehlen mal auszuprobieren ja genau gut dann bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal